Bruno Kleine Kurzer Blick auf die Straße 33 Bielefeld Richtung Brilon ist zwischen Etten und Fertig Die Verwaltungsarbeiten weiterhin gesperrt, zwei Kilometer schwer Ansonsten ist aber erstmal alles frei und es ist eine gute Fahrt Der DeinFM Verkehr Mercedes-Benz Brokamp in Hasewinkel Dein Mercedes Wie mein Mercedes Hier ist der DeinFM Verkehr Mit Philipp Baumhüffner und DeinFM, der jungen Show auf eurem Sender Schönen Dienstagabend euch Radio Bielefeld DeinFM Radio Bielefeld DeinFM You don't know what you got until it's too late, too late to say that this